Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds und Tag Markus. Pikachu. Genau, Relaxo, ich wähle dich. Wohin genau? Hallöchen, Tag Nerds, Tag Christian. In dein A... Was? 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 In mein Alphabet? Genau, genau das. Genau das, das wollte ich sagen. In das Loch vom O. Oh mein Gott. Okay, gut. Ihr wisst schon wieder, auf welchem Niveau wir angekommen sind. 52 Sekunden. Das Niveau ist wieder ganz unten, aber das liebt ihr ja an uns. Ja, alle zwei Zuhörer lieben das an uns. Ja, wir haben zwei Zuhörer schon. Du hörst die Folgen doch auch, oder? Ja. Gut, dann sind wir zwei. Yay! Oh Leute, ja man muss dazu sagen, wir sind jetzt wieder, mittlerweile der Dezember 21 war ja zeitlich für uns vom Podcast her ein bisschen durcheinander und auch ganz anders als geplant. Ein bisschen. Und wir haben ja eine gewisse Übergangszeit gebraucht, um jetzt so langsam wieder in unseren üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus zu finden. Jetzt mag der ein oder andere uns vielleicht ankreiden, dass wir erzählen, dass wir im Voraus produzieren. Ähm, aber das ist nun mal so, weil wir arbeiten halt und haben unterschiedliche Arbeiten und unterschiedliche Tagesabläufe. Wie du arbeitest? Äh, manchmal. Also ich... So richtig mit rausgehen und so? Ich gehe wohin und tue beschäftigt. Ah, okay. Grüße gehen raus an meine Chefin. Hi! Hi! Hallo Chefin von Markus. Die diesen Podcast hoffentlich nicht hört. Falls doch. Hallo Heike. Ähm, alles supi. Ähm, nein, also das Ding ist, wir haben jetzt ja ein bisschen gebraucht. Wir haben jetzt Anfang April, so. April, April. Und... Ja gut, das Wetter sagt was anderes, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber also was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir ja jetzt so ein bisschen gebraucht haben, um in unseren Zwei-Wochen-Rhythmus wiederzukommen. Also für die, die es noch nicht wissen, normalerweise... Also reinzukommen, meint er. Genau, normalerweise treffen wir uns alle zwei Wochen freitags und nehmen dann für den, also am Freitag für den darauffolgenden Sonntag und den Sonntag danach auf. Damit wir quasi ein bisschen zeitliche Flexibilität haben, aber trotzdem ein bisschen vorproduzieren. Damit man nicht jede Woche sich treffen muss, weil das hält ja keiner aus. Genau, ne? Also ich würde das definitiv nicht aushalten. Ich weiß nicht, wie es mit Markus ist, aber ich weiß, dass er auch von sich selbst genervt ist. Nein, das war ein Scherz. Nein, also... Aber wir sind halt auch, wir haben auch andere Hobbys. Ja, das schon. Das Problem ist eigentlich viel mehr aus organisatorischer Sicht, wenn man dann mal nicht kann. Und das ist ja dann meistens, steht zur Option eigentlich nur der Freitag oder der Samstag zur Wahl. Wenn es nicht komplett spontan und irgendwo spätabends nach der Arbeit noch sein soll, wo eigentlich keiner Bock drauf hat. Da hättet ihr auch keinen Bock drauf. Genau, deswegen ist das unser Mittel der Wahl geworden und es funktioniert ganz gut. Aber wir kommen jetzt erst so langsam Anfang April wieder in diesen Rhythmus rein und deswegen haben wir jetzt teilweise dann auch zwischendurch mal so zwei Wochen Abstinenz vom Miteinander sprechen. Also hier und da mal eine Sprachnachricht, hier und da mal ein lustiges Gift zwischendurch. Aber das war es dann eigentlich auch so, weil man dann ja so im Arbeitswust auch drin ist. Ja, das stimmt. Genau. So, Christian, was hast du heute für ein Thema mitgebracht? Jetzt sind wir von der tollen Einleitung schon wieder ein bisschen weg. Genau, von der tollen Einleitung weg wieder hin zum eigentlichen Thema. Heute möchten wir gerne über die Faszination Taschenmonster reden. Achso, scheiße, ich habe mich falsch vorbereitet. Ich habe Taschenbillard gelesen. Warte, ich hole kurz eine Hose, Moment. Ich gehe dann mal. Tschüss. Holst du dir auch eine Hose? Nein. Ich muss wieder zum Auto. Meinst du eigentlich, es gibt Leute, die eine Podcast-Folge hören, ohne den Titel gelesen zu haben? Das weiß ich ehrlich. Das frage ich mich gerade, weil wir öfters ja erwähnen, worüber sprechen wir heute und so weiter. Also ich bin jemand, ich gucke mir halt vorher den Folgentitel an, wenn ich irgendwo draufklicke. Ja. Oder auch bei Videos und so weiter. Ich gucke schon, was steht da. Anstatt wahllos zu klicken. Also das wahllos Klicken kommt dann im Nachgang irgendwie von Video zu Video zu Video zu Video. Und dann ist man plötzlich in der seltsamen Ecke des Internets gelandet. Ja. Aber ich frage mich gerade, gibt es Leute, die einfach so, also ich meine klar, die Leute, die es der Reihe nach weghören, die werden wahrscheinlich nicht drauf achten. Also ich kann es von anderen Podcasts sagen, die ich selber höre. Ja, ich höre auch andere Podcasts, dass ich zwangsweise, wenn ich auf mein Handy gucke und dann die Folge einschalte, den Titel lese. Also wahrscheinlich ist das so. Keine Ahnung. Tatsächlich zwangsweise. Aber vielleicht könnt ihr euch das mitteilen. Ja. Was ich selten lese, ist dann was noch weiter. Also so die Inhaltsangabe. Die lese ich eigentlich nie. Ja, das ist ja für die meisten, glaube ich, auch nur so ein weiterführendes Mittel, wenn ich jetzt an, keine Ahnung, genannte Links drankommen will oder mir nicht sicher bin, ob der Folgentitel mir zusagt. Also der Inhalt, wenn ich den Folgentitel sage, dann kann man da ja nochmal so eine Kurzzusammenfassung reinhauen oder so. Das macht ja auch jeder Podcast ein bisschen anders. Genau. Gut, kommen wir wieder zurück zum Thema. Kommen wir zurück zum Taschenbillard. Genau, wir kommen wieder zurück zum Taschenbillard. Ja, die Faszination Taschenmonster. Da kann ich tatsächlich sehr viel zu sagen in dem Sinne, dass ich diverse Franchises eigentlich sehr gerne mag. Also das sind nicht nur die standardmäßigen Pokémon, es sind auch die sogenannten Digimon zum Beispiel. Das sind, glaube ich, auch die zwei, die zwei Sparten, die einem da so im Großen und Ganzen einfallen. Wenn ich müsste tatsächlich überlegen, was es da sonst noch so gibt, da hört es tatsächlich relativ schnell bei mir auf, da müsste ich schon tief graben. Ja, es gab damals in meiner Kindheit, beziehungsweise da war ich schon Teenager, gab es auch eine Serie, die heißt Monster Rancher, wenn dir das was sagt. Ah, der Name schon, ich kenn's tatsächlich nicht. Wobei es sich da auch nicht wirklich um Taschen, ich weiß nicht, dieser Begriff Taschenmonster, weil, das ist ja bei Pokémon so, die gehen ja wieder in ihre Pokébälle zurück. Ganz freiwillig. Ja, mehr oder weniger freiwillig. Sowas wie bei Monster Rancher oder Digimon, die laufen da alle frei herum. Ist das dann auch wirklich immer noch ein Taschenmonster oder? Ja, also ich glaube, also im weitesten Sinne würde ich diese Serien, diese Franchises so ein bisschen sehen als Kreaturen sammeln und gegen andere Kreaturen kämpfen lassen. Ja. Also das ist für mich so eine Oberkategorie, ob die jetzt in der Tasche gehen, in einem Ball verschwinden oder, keine Ahnung, einfach unsichtbar werden, wenn sie nicht gebraucht werden, das ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Ja. Also für mich ist die Grundfaszination, und da sprichst du ja von die Faszination Taschenmonster, die Grundfaszination ist bei mir dasselbe. Da ist einfach bei mir persönlich so dieser Rollenspiel-Aspekt einfach mit drin. Jetzt nicht Rollenspiel im Sinne von, ich spiele eine Rolle, sondern Werte steigern, Attribute, Kreaturen gegen andere Kreaturen antreten lassen, dieses Duellieren. Da wäre theoretisch auch noch hier Yu-Gi-Oh! wäre vielleicht im weitesten Sinne sogar auch noch da rein zu ziehen, weil dort ist es ja so, dass die Karten ja auch mehr oder weniger zum Leben erwachen. Ja. Also ob der zweiköpfige, blau-schwänzige, grün-ringel-Drache jetzt aus der Karte rausspringt oder aus dem Ball kriecht, hat nach dem Rausspringen im Prinzip ja keinen Unterschied mehr. Ja, das stimmt alles. Also außer die Story, ne, die sammeln da Bälle, die haben ihre Karten und Decks und bla bla bla, aber so das Konzept ist ja das gleiche eigentlich, so ab dem Zeitpunkt, wo die da rausschlüpfen, ist ja quasi das gleiche da, da sind Kreaturen oder Fallen und so weiter, die gegeneinander antreten. Ja, da dringt sich ja für mich noch die Frage auf, wenn wir jetzt einfach mal diesen Rollenspiel-Aspekt weglassen, sind Gremlins auch Taschenmonster? Ähm, weiß ich jetzt nicht so, weiß ich jetzt nicht so, irgendwie nicht, glaube ich. Nein, also ich glaube klassischerweise sind die das nicht, aber der Band. Es gibt Gizmo und die Motherfucker. Genau, genau, Gizmo ist toll, der Rest ist scheiße. Hey, das wäre ein geiler Bandname, Gizmo and the Motherfuckers. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt eine Band. Jetzt muss ich nur noch musikalisch werden. Genau. Ach, obwohl, wie viele Bands sind schon musikalisch? Ja, ja, oh Gott. Gut, das ist ein anderes Thema. Was war denn so dein erster Kontakt mit Taschenmonster? Ich würde jetzt mal fast vermuten Pokémon, so ganz klassisch? Ja, ganz klassisch die Pokémon. Die waren so das erste, wobei, ich weiß nicht, es gab mal eine Sammelkartenserie, daran kann ich mich noch ganz dunkel erinnern, die habe ich auch als Kind gesammelt. Da ging es um diverse Horror-Kreaturen, die du als, das war irgendwie so ein Sammelkartenspiel mit Horror-Kreaturen. Ich weiß den Namen nicht mehr, ich kann mich noch wirklich genau daran erinnern, dass ... Ja, man merkt das, wie genau du dich daran erinnern kannst. Ich meine, ich kann ... Wie heißt es, was war denn das nochmal? Ah, ich kann mich genau daran erinnern. Ja, nee, auf jeden Fall gut. Sagen wir es so, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich bei meiner Oma war. Dann hatte die um die Ecke so einen kleinen Kiosk und da konnte man diese Karten kaufen. So, ich dachte, die Horror-Elemente waren im Wäscheschrank deiner Oma. Alter, leidigst du gerade meine Oma? Nein, ihre Wäscheauswahl. Oh, Alter. Reife Frauen ab 50 aus deiner Umgebung. Mach das nicht. Jetzt an. 0800 Mindcast, Mindcast. Ich möchte bitte wieder zurück zu den Taschenmonstern. Auf jeden Fall war das so ... Sammelkarten habe ich schon in frühester Kindheit tatsächlich fasziniert. Und wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, dass es diese Horror-Kreaturen-Sammelkarten gibt. Ich weiß sogar noch den Namen einer Karte. Die war Powa Mimosa. Ich sehe gerade nur kleine Omas, die aus Bokebellen helfen. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass der liebe Markus gerade weint. Mir laufen wirklich die Tränen runter. So, entschuldige. Moment, ich versuche mich zusammenzureißen. Also, du hattest ein Sammelkartenspiel mit Horror-Elementen. Genau. Vielleicht werde ich das irgendwann mal wieder googeln. Vielleicht finde ich noch diesen Namen raus. Aber das würde ich tatsächlich so als erste, als allererste Berührung mit Taschenmonstern sozusagen da festsetzen. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich irgendwas so kenne, was du beschrieben hast. Aber mir fiel aus den frühen Urzeiten nur tatsächlich ein, diese Zeichentrick-Serie mit Horror-Elementen von Nickelodeon. Dieses, ah, Monsters. Okay. Aber so ein Sammelkartenspiel oder so, sagt mir jetzt tatsächlich gerade nichts. Also, mein erster Berührungspunkt war auf jeden Fall Pokémon, die rote Edition. Damals auf dem Gameboy noch. Ich glaube, um 99 rum war es die Ecke. Wenn das Poké-Wiki, was ich hier gerade offen habe, nicht lügt, wovon ich jetzt mal ausgehe bei einem Poké-Wiki. Ja. Ich musste nämlich tatsächlich gucken, was war die erste Edition, die ich gespielt habe. Und vielleicht schon mal vorweg, das war auch fast. Ich mache gerade ein bisschen Überbrücken, damit Christian googeln kann. War das? Nein, nein, nein. Also, das war tatsächlich bei mir auch fast die letzte Edition, die ich gespielt habe. Denn so sehr ich das Grundkonzept mit Pokémon oder von Pokémon auch liebe, ich glaube, ich habe das in irgendeiner älteren Mindcast-Folge schon mal erzählt, an irgendeinem anderen Kontext. Ja, so sehr habe ich damit auch ein sehr großes Problem, was mich immer davon abhält, da wirklich tief reinzudeiven irgendwie. Aber ich kann vielleicht noch eine kleine Kita-Anekdote erzählen, während Christian noch weitergoogelt und nichts findet. Ja, ich finde es tatsächlich nicht gerade auf die Schnelle. Jetzt erst letzte Woche war ein Kind da, das hat irgendwas von Pokémon erzählt und war dann ganz irritiert, dass ich einen Pokémon-Namen selber kenne. Was, wieso kennst du das? Habe ich gesagt, ey, das kam raus, da gab es dich noch gar nicht. Digga, ich habe das zu Hause. Ich wurde als Pokémon geboren, Digga. Ja. War auf jeden Fall total irritiert, beziehungsweise sind Kinder sehr oft irritiert, wenn man ihre alltäglichen Dinge als Erzieher dann wirklich kennt. Ja. Oder auch wirklich so inhaltlich ein bisschen einordnen kann, nicht nur vom Namen her kennt, sondern auch so sagt, ah, relax, du bist doch der große Dicke oder irgendwie sowas, ne. Weil die Kinder das oft gar nicht auf dem Schirm haben und bei vielen meiner Kollegen ist das tatsächlich auch so. Ich meine, die kennen dann sowas wie Pepper Wutz oder so, diese klassischen Kinderserien, aber... Pepper was? Pepper Wutz. Ein schönes Schwein. Was ein muslimisches Kind von mir übrigens nicht gucken durfte, weil ein Schwein in der Serie vorkam, war ganz witzig eigentlich. Ähm, jedenfalls sind die mal total irritiert, aber das zeigt mir eigentlich wie, also über was für eine weite Zeitspanne manche Serien auch existieren. Ja. Also man kennt das ja von, also wir kennen das von unseren eigenen Eltern ja auch, wenn die irgendwie mal was gesagt haben, man selbst fand irgendwas cool als Kind, die sagen, ja, das gab's schon als ich irgendwie jünger war oder so. Das gab's schon als, bevor ich, äh, bevor es überhaupt cool wurde. Na, so Sachen, die dann noch recycelt worden sind, wobei das heute ja viel mehr so ist. Als unsere Eltern jung waren oder jünger, ähm, gab's viel, 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 viel weniger Medien, da geht's dann, also das war bei meinen Eltern war's oft mehr so in Richtung Musik oder so, wenn ich irgendwie so ein Lied gehört hab oder eine Cover-Vision von irgendwas, ah, das ist ja ein Cover von dem und dem, das gab's ja früher schon und sowas, ne. Ja. Und heute ist das viel mehr mit so Serien und Filmen und so weiter, was halt zum dritten, vierten Mal schon Remake worden ist. Ja, ich hab Flashbacks zu meinem Vater, ne, bezüglich der Musik, ne, es ist tatsächlich, äh, genau so gewesen, wie du's beschrieben hast, ne, ich hab ein Lied gehört und mein Vater so, ja, das ist aber nicht das Original, das ist auch nur neu gemacht. Und ich so, scheiß drauf, Papa! Haben wir ja damals auch schon drüber gesprochen in einer früheren Mindcast-Folge Cover Songs, der neuartige Remix oder irgendwie so hieß die Folge. Genau, die neue Art des Remix. Genau, und, ja, lass uns mal zurückkommen zu den Taschenmonstern, was war denn dein erstes, dein erstes Pokémon, wenn wir grad bei Pokémon so ein bisschen sind, das du gespielt hast? Ich hab grad schon gesagt, äh, rote Edition auf dem klassischen Gameboy noch. Ja, bei mir war's tatsächlich die blaue Edition. Ah, der Feind! Ja, ich bin der Feind. Das war ja auch seit jeher, find ich übrigens ein, äh, sehr cooler Marketing-Trick drin, die gemacht haben, weil es gab ja immer zwei, oder gibt's ja heute auch noch, soweit ich das beschrieben habe. Ja, das sind das eiskalt durch. Immer zwei Editionen, die parallel erscheinen, also Schwert und Schild, so als eine der neueren mal zu nennen, oder hier, äh, Sonne und Mond gibt's, glaub ich, auch. Richtig, oder Ultrasonne und Ultramond. Kristall und, äh, Hodenjuwel, ich weiß es nicht. Ähm, und halt am Anfang Rot und Blau. Dann gibt's ja, glaub ich, auch Gelb und, äh, Grün. Äh, ich kann mich nur an Gelb erinnern. Ja, glaubst du ja. Aber es gibt, äh, Pokémon Blattgrün, aber das ist nicht aus der ersten Generation. Ja, ist ja egal. Also jedenfalls gibt's diese zwei parallelen Editionen, die erscheinen. Also zwei Editionen, die parallel zueinander erscheinen. Ja. Und da ist ja der Clou, wenn ich das richtig noch auf dem Schirm habe, dass du so den Großteil der Pokémon in beiden Editionen findest, aber so eine kleine Auswahl oder so einzelne Pokémon nur in der einen oder der anderen. Genau. Und dann gibt's ja dieses Tauschsystem, wo du quasi, ne, wenn du jetzt sagst, ich hab die blaue Edition und das, was man nur in Rot fangen kann, kannst du dann mit mir tauschen und so weiter. Das war ja auch immer so ein bisschen Aspekt, äh, in diesem Spiel. Was eigentlich ganz nett ist, weil so ein bisschen, äh, Social Faktor mit reinkommt. Bäh. Bäh. Ja, da hört's schon auf, ne. Das ist ja fast schon MMO. Ja, ekelhaft. Bäh. Aber das, das, ähm, ist eigentlich ein sehr, sehr kluger Trick, weil ich weiß, dass viele Leute sich einfach beide Editionen gekauft haben, tatsächlich, über kurz oder lang, einfach damit sie da das auch nochmal durchspielen. Ich bin da tatsächlich nie weit genug eingestiegen, aber die Story und das Durchspielen an sich, das war doch in beiden immer gleich, oder? Natürlich, das war komplett gleich. Die Story war das gleich. Ich meine, bei meiner Schwester und mir hat's ja funktioniert, ne. Sie hatte dann die rote Edition, ich die blaue Edition, ne, da konnten wir tauschen. Ja, ich glaub, das ist, also für Geschwister ist das halt einfach so das Optimum, für Eltern ist es aber einfach der pure Abfuck. Natürlich. Also, die, die das am Ende bezahlen. Richtig. Und vor allen Dingen dann so für zwei oder drei Pokémon, also ich weiß halt nicht, wie viele es sind, bin ich ganz ehrlich, ich bin in diesem Poké-Thema nicht so ganz drin. Ja, wenn ich mich da richtig dran erinnere, war's in der ersten Generation, das waren sechs Pokémon, die unterschiedlich waren. Also, ich meine, gut, für diese Completionists, die dann wirklich so alles haben wollen und dann auch, ne, gotta catch them all, ne, schnapp sie dir alle. Ich bin auch so ein Opfer. Ja, ich seh's grad hier noch auf dem Cover von Pokémon rote Edition, schnapp sie dir alle. Genau. Also, das war natürlich auch so ein bisschen Konzept, alles sammeln, alles haben, wobei du im Endeffekt dann natürlich auch nur mit einer Handvoll von den Dingern dann am Ende gekämpft hast, ne. Natürlich, ne, aber, ne, wie wir das auch schon in anderen Folgen hatten, bin ich ja, ne, so dieses totale Sammelopfer und ich möchte gerne auch immer den Pokédex möglichst kompletieren, ne, also, was das angeht, hat's mich natürlich auch immer den Pokédex. Natürlich, äh, direkt gecatcht, ne, meine Sammelleidenschaft wurde getriggert und, äh, ja, da bin ich dann. Also, bei mir, bei mir catcht mich tatsächlich anfangs immer direkt erst mal bei solchen Spielen wieder dieser Rollenspielfaktor, dieses erst mal entdecken, was gibt es überhaupt alles für Kreaturen, wenn man die halt noch gar nicht kennt, also, ich mein, also, ich sag mal, wenn du jetzt mit einem Pokémon rot oder blau anfangen würdest, würdest du die wahrscheinlich mehr oder weniger alle schon mal gesehen haben. Natürlich. Ähm, oder dich zumindest, wenn du sie siehst, wieder dran erinnern. Mittlerweile gibt's ja ein bisschen mehr als diese 151 Pokémon, die's anfangs gab, so ein paar. Kleines bisschen, ja. Ja, so minimal. Ja. Und, äh, also, da bin ich halt komplett raus. Also, diese erste Generation Pokémon, da würd ich noch sagen, da, die hab ich schon mal so alle weitgehend gesehen. Aber drüber hinaus bin ich halt einfach nicht mehr drin in dem Thema. Weil, und das ist so das Problem, mich catcht zwar dieses, erst mal diese ganzen Viecher sehen, gucken, was können die, dann natürlich auch, wie entwickeln die sich weiter. Das ist ja nicht immer nur eine Kreatur. Also, Glumanda wird dann ja hier zu, äh, Glurak direkt. Oder kommt da noch was dazwischen? Nein, da kommt noch Glutexo dazwischen. Ah, ich hab überlegt, ist es Glutexo? Aber ich war mir nicht sicher. Also, Glumanda, Glutexo, Glurak. Genau. Ähm, das ist ja quasi eine Kreatur, nur weiterentwickelt, aber zählt halt, glaub ich, als drei unterschiedliche Pokémon dann, weil die natürlich auch so unterschiedlich existieren. Naja, ähm, im Grunde ist das erst mal das, was mich abholt. Und dann natürlich so dieses gegeneinander kämpfen. Und wie du sagst, auch so, erst mal möglichst viel sammeln, haben, 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 haben. Ja. Da kommt der, da kommt der, äh, Sammelwutmensch in mir auch durch. Aber. Der Messie. Ja, und, und, das große Problem, was ich von Anfang an mit Pokémon habe, ist, es ist mir einfach zu kindisch. Es ist mir zu kindisch und zu kindlich gehalten. Ja. Es ist natürlich auch für Kinder gemacht, so, also, ne, no Fronzer, aber ich war da halt sehr früh schon sehr raus, weil es mir irgendwie einfach zu, ja, weiß ich nicht. Nee, das war für mich irgendwie immer so, man, man hatte sie, also, das war für mich in einem Alter, wo ich mich eigentlich schon ein bisschen zu alt für das normale Kinderfernsehen gefühlt habe. Und dann eigentlich mehr so, ich sag mal so, dieses, dieses Nachmittagsprogramm im Fernsehen genossen habe, anstatt dieses Samstagmorgens Cartoons. Ja. Ähm, ich meine, jetzt, äh, in Europa Release war 99 im Oktober, da war ich 14. So, ne, da, da ist man jetzt unbedingt nicht mehr so auf Kinderfernsehen. Äh, so. Ähm, ich fand das cool vom Konzept her und das holt mich auch heute noch ab, dieses Kernkonzept. Aber es war mir damals dann einfach schon zu wenig. Ich hätte mir das ein bisschen für... Brutaler. Nicht unbedingt brutaler, ich hätte es mir einfach ein bisschen mehr für Größere gewünscht, auch so die Optik und alles einfach so ein bisschen, ne. Und das fand, finde ich total schade, weil ich weiß, dass die Spiele an sich eigentlich sehr nett sind. So, wie ist das bei dir? Du hast, du hast gesagt, diese Sammelwut? Ja. Ist bei dir da, gibt's bei dir irgendwas? Ich vermute mal, du hast nicht alle Teile gespielt und bist da jetzt auch nicht kopfüber reingesprungen. Nein, 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 nein. Ähm, prinzipiell war es so, die erste Generation hab ich noch, äh, tatsächlich durchgesuchtet. Ähm, dann gab es echt eine lange Pause bei mir, ne. Also ich hab einige, äh, Generationen und einige Spiele, äh, wirklich links liegen lassen. Und das nächste Mal, an dem ich bewusst wirklich wieder eine Pokémon-Edition gespielt habe, das müsste, ähm, äh, wie hieß das nochmal, äh, Saphir und Rubin gewesen sein, ne. Das hab ich alle nicht gespielt, tatsächlich. Ja, also das war wirklich das erste Mal wieder, dass ich bewusst ein Pokémon-Spiel gekauft habe und es auch wirklich durchgezockt habe. Ich muss sagen, was mich an, äh, ich hatte damals Saphir, was mich daran so unheimlich, ähm, fasziniert hat, war nicht nur, ähm, natürlich wieder, dass es meine Sammelleidenschaft getriggert hat, sondern, ähm, dass man, ähm, nach dem, äh, nach der eigentlichen Story noch einiges an, äh, seltenen Pokémon finden konnte. Und, ähm, das fand ich wirklich gut gemacht in diesen Teilen. Nach dem Ende noch ein bisschen weiterspielen. Ja, tatsächlich, es gab noch, äh, so, äh, wirklich richtig viel Endcontent, ähm, ähm, was dann danach leider, äh, wieder ziemlich abgeflacht ist, äh, mit den, äh, Teilen hier Sonne und Mond zum Beispiel, ähm, das war tatsächlich nicht mehr so viel, da war ich, äh, auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ähm. Ähm, aber. Wir haben gerade so ein bisschen der Rainer Kallmund durch. Richtig. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, man konnte die nicht essen. Die haben nicht geschmeckt. Nein. Nein, das war gemein. Ähm, ja, wie, äh, wie gesagt, ähm, Saphir Rubin hat mich, ähm, wirklich wieder richtig gecatcht und dann ist es wieder abgeflacht. Ich habe es mit, äh, Sonne und Mond, mit, äh, Ultrasonne, Ultramond, äh, probiert und als letztes, äh, Leuchtende Perle. Was ja wieder, ähm. Klingt irgendwie nach so einer, äh, Rotlichtmilieu-Version. Genau, ne, das sind dann Pornomond. Was? Hä? Äh, nein, äh, Leuchtende Perle, Strahlender Diamant, äh, war eine Neuauflage. Leuchtende Perle klingt so falsch, ey, ich habe so ein dreckiges Hirn, ey. Es ist so schmutzig in meinem Kopf. Leute, helft mir, ich brauche wirklich Hilfe. Ich höre Leuchtende Perle und denke an andere Dinge als Pokémon. Funfact, vorgestern in einem Stream hatten wir genau das gleiche Thema. Ja, gut. Ich, ich bin es also nicht nur alleine. Nein, du bist es nicht alleine. Du bist es nicht alleine, nicht nur du hast ein, äh, dreckiges, ähm, Gedankengut. Okay, kommen wir zurück zu deiner Leuchtenden Perle. Genau, wir kommen zurück zu meiner Leuchtenden Perle, Arschloch. Ähm. Was? Ne, wie gesagt, äh, Leuchtende Perle, Strahlender Diamant habe ich dann auch, äh, beziehungsweise nur Strahlender Diamant, äh, habe ich dann auch gekauft, ähm, aber ich habe tatsächlich mit einem Spiel aufgehört, weil es irgendwie, ja, es, es hat mich nicht mehr Langzeit motiviert. Aber das ist so witzig. Ich lerne gerade von so vielen neuen Pokémon-Editionen, von denen ich noch nie gehört habe. Aber das ist gerade sehr witzig, ne, und, ähm, ist der letzte Teil, ähm, von Pokémon, der jetzt rauskam, äh, Legenden Arceus. Ja, das ist ja dieses Open-Worldige. Genau, das ist ein Open-World-Spiel, das habe ich, äh, habe ich noch nicht mal mehr gekauft. Ne, obwohl, ich, ich habe es mir mal angesehen, es ist ein ganz anderes Spielprinzip, weil du, äh, wirklich aktiv diese, äh, Pokémon dann mit Bällen bewirfst, zum Beispiel, ne, was es ja in den Editionen davor ja nicht gab, ne, da hast du ja einfach gesagt, ja, wirf jetzt einen Ball, aber bei, äh, Arceus ist es so, dass du wirklich durch die, äh, Ober- oder, äh, durch die Welt rennst, auf diese Pokémon triffst und, äh, aktiv mit den Bällen auf sie zielen musst, ne, äh, hast du einen Schlaganfall? Ja. Okay, äh, soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein. Das ist gut. Ich bin zufrieden damit, wie es endet. Äh, auf jeden Fall, ähm, ist das ein ganz anderes Spielprinzip, aber, ja, irgendwie hat's mich so absolut nicht getriggert. Aber weißt du, was das Wichtige ist, Christian? Du hast die vorigen Editionen gekauft. Wie lange du sie gespielt hast, ist eigentlich egal. Genau. Also dem Entwickler zumindest. Ja, richtig, richtig. Ne, und, ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile, ne, ich hatte wieder, äh, meine Hochzeit, was, äh, Pokémon anbetrifft, aber ich glaub, ich bin da tatsächlich wieder aus diesem Game richtig raus. Ich kann's dir nicht sagen. So, vielleicht, vielleicht ist es einfach, ähm, weil die, die, ähm, Spiele sich im Prinzip alle ähneln. Ja, das, das ist tatsächlich das, ähm, also so viel, wie ich von den Pokémon-Spielen gesehen habe, also ich verstehe, wie gesagt, die Faszination da dran und ich möchte es eigentlich auch mehr mögen, aber nachdem ich dann die rote Edition gesehen habe, die hab ich auch tatsächlich recht viel gespielt, da war ich auch, glaub ich, auch ziemlich weit. Ähm, ein weiterer Aspekt, der bei mir übrigens bei Pokémon dazukommt, ist, ich habe eigentlich nie wirklich die Nintendo-Konsolen besessen. Ich hatte nie selbst welche. Gameboy hab ich mir damals ausgeliehen mit Pokémon. Ähm, dementsprechend war mein, meine Nutzungsmöglichkeit da natürlich auch limitiert und meine einzigen Nintendo-Konsolen, die ich, äh, bis heute besitze, äh, oder besessen habe, ist ein Gamecube, den ich relativ kurz, nach Zelda Wind Waker oder was das damals war, ähm, wieder mit dem Ding verkauft habe. Hatte ich auch nur dafür, tatsächlich. Und, ähm. Wow. Und, 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 äh, dann kam tatsächlich als nächstes die Wii U, die staubt noch unten im Schrank ein, äh, auch sehr kurz benutzt. Es war irgendwie eine Rohrkrepiererkonsole, hat mir gar nicht gefallen irgendwie. Habe ich ganz, ganz wenig mitgespielt nur. Ja, äh, wie ich es mal in einer alten Folge gesagt habe, äh, das war, glaube ich, sogar die erste Folge, in der ich als Gast bei dir war, ne, ähm, dass die Wii für mich eine reine Party-Konsole ist. Nee, das hast du über die Switch gesagt. War das die Switch? Ja. Entschuldige bitte. Das weiß ich nämlich zufällig, weil ich hab dieses Teaser-Bild, was ich für die Folge gemacht habe, mit dem entsprechenden Zitat, nämlich genau das, die Nintendo Switch ist für mich, äh, eine, eine Party-Konsole oder irgendwie sowas, hattest du gesagt? Genau. Das hab ich jetzt erst, als ich mein Handy-Backup gemacht habe, bin ich genau über dieses Teaser-Bild gestoßen. Deswegen weiß ich das grad ziemlich genau. Das ist lustig, dass du das erwähnt hast. Ich weiß noch, dass da drunter stand, Christian auch als Nerd auf Partys anzutreffen. Genau. Genau das war das. Nee, und also, dass ich diese Konsolen und jetzt halt die Switch besitze ich, ne? Und das ist so mein Nintendo-Repertoire und dementsprechend, also diese typischen, bis jetzt auf die Switch natürlich, ähm, diese typischen Pokémon-Konsolen hatte ich nie so richtig. Ja. Und war zu diesen Zeiten auch nie so richtig, ja, keine Ahnung, also ich hatte den Zugriff auch einfach nicht, deswegen bin ich da auch thematisch rausgekommen. Hab das natürlich hier und da mal gesehen, hier und da mal mitverfolgt, also so im Groben weiß ich, was da so los ist, aber nicht, dass ich mich darüber lange jetzt unterhalten könnte, aber das viel entscheidendere für mich ist, wie gesagt, dass, dass ich da einfach so ein bisschen keinen Bock drauf hatte vom, vom Setting her und wenn du dann zusätzlich noch mitbekommst, nachdem ich dann Rot gespielt hatte, das nächste Spiel kommt raus und das eigentlich wieder so dasselbe. Aber du fängst halt irgend so ein Noob an, wieder in irgendeiner Stadt, ziehst wieder auf deine Reise, kriegst wieder ein Pokédex und hast wieder einen Rivalen irgendwie. Und ich dachte mir so, hä, what the fuck, spiel ich hier FIFA oder was? So, weißt du? Es war mir halt zu viel vom Gleichen. Ja. Jetzt Leute, die mich kennen, die sagen, äh, spielst du auch Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3? Ja, alles das Gleiche, andere Skins drauf, andere, äh, äh, ja, fickt euch. Ähm, Dark Souls ist Liebe. Ähm, nein, also es war, es ist mir einfach zu, zu ähnlich, zu nah dran. Ja. Weißt du, es ist nicht mal so, du bist dann plötzlich, keine Ahnung, auf einem anderen Planeten und spielst einen Alien, der das Gleiche macht, irgendwie der auszieht, um seine kleinen Menschen zu fangen oder was auch immer. Geiles Konzept, ich möchte das. Ja, es ist, äh, es gibt ja dieses Mobile Game mit Rick and Morty, was genau dieses Konzept ist, wo du rum, ja. Ich hab's nie gespielt. Ja, wo du, wo du quasi, äh, unterschiedliche Mortys dann dir fängst. Ach, wie geil ist das denn? Ja, es ist, guck mal rein, also es ist natürlich so ein Pay-to-Win-Ding wieder, aber, äh, es ist eigentlich ganz witzig gemacht. Ähm, aber deswegen bin ich da nie reingekommen, so, also ich, und das hat mich immer genervt, weil ich dieses Konzept so mochte und es gab dann wirklich ganz, ganz lange Zeit keine Alternative. Ja. Ne, und um mal so einen kleinen Bogen zu schlagen, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, oh, jetzt kommt eine Alternative. Geil. Geil. Und diese Alternative war für mich tatsächlich Digimon. Yay! Ähm, dachte ich zuerst, dachte ich zuerst, denn, ähm, das kam dann ja auf, äh, lass mich überlegen, RTL 2. Ja. Im deutschsprachigen Erstveröffentlichung tatsächlich schon, ich dachte, das wäre mit mehr Abstand zu Pokémon Rot gewesen tatsächlich, aber es kam August bis Dezember 2000. Auf RTL 2 schon, also ziemlich nah dran, da, da, das, ach nee, das ist Digital, äh, warte mal, Vorgeschichte, Digimon Adventure kam sogar 99, ähm, aber es war ziemlich nah dran, tatsächlich an der roten Edition, das hab ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, das kann natürlich auch sein, dass ich damals nicht die Erstausstrahlung davon mitbekommen hab, keine Ahnung, analoges Fernsehen war ja ein bisschen weird, ähm, aber da dachte ich so, oh, geil, diese, diese Viecher sah doch einfach mal irgendwie ein bisschen interessanter aus irgendwie auf den ersten Anblick als so ein Pikachu und irgendwie so ein fliegender Stein irgendwie. Sie, sie waren auf jeden Fall deutlich bedrohlicher, ja. Ne, also es sah nett aus und als man dann so diese ersten Digitationen gesehen hat, war dann immer, wow, die müssen sich nicht entwickeln, also die verwandeln sich einfach, wow, fuck it, yeah, shit, ne, so, es war irgendwie, es hat, hat mich direkt gecatcht, ja, endlich haben sie mal was gemacht für ein bisschen Ältere, zwar immer noch in diesem Zeichentrickstil, ähm, was völlig okay ist, ist auch heute noch okay für mich, aber so, ich hatte so das gefühlt, okay, das ist jetzt für die, die vielleicht schon aus Pokémon rausgewachsen sind gefühlt und dann war es aber sehr schnell so dieses, äh, also für mich persönlich eine sehr schnulzige Story und sehr so, ah ja, ah, wir sind ja hier die Freunde und wir müssen zusammenhalten, ich dachte mir, oh, fuck it, alter, derselbe Scheiß nochmal, nur mit mehr Leuten, so irgendwie, es war, ich kann mich wirklich an diesen Frust erinnern, weil ich hatte so die Hoffnung, so, oh, geil, jetzt gibt's das und jetzt gibt's das auch noch direkt als Serie und boah, dann kommen da bestimmt auch Spiele dazu und oh, geil, 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 geil. Und dann ziemlich schnell so die Ernüchterung, ja gut, das ist irgendwie ja doch derselbe Scheiß irgendwie, keine Ahnung. Und das ist genau so ein Ding, ich möchte es lieben und es ist natürlich nicht das gleiche wie Pokémon, aber es ist mir auch wieder so, so, ah, so dieses letzte Müh, wo ich sage, das ist geil, fehlt mir irgendwie. Ja, ich verstehe auf jeden Fall im Ansatz, was du meinst, ne, wobei das mit der Story und der Schnurzigkeit kann ich persönlich jetzt, also ich hab da so ein anderes Gefühl, zumindest von der ersten Staffel. Vielleicht muss es dem auch nochmal eine Chance geben und das auch wirklich am Stück gucken, ich möchte vielleicht auch behaupten, dass da zwischendrin im analogen Fernsehen auch mal ein paar Folgen gefehlt haben, aber es ist so, sagen wir es mal so, ja, prinzipiell hast du nicht ganz Unrecht, ne, es gibt Teile, zumindest kann ich das von der ersten Staffel sagen, dass das auch so so ein bisschen, ja, beste Freunde für alle, blablabla, blablabla. Unsere Welt ist in Gefahr, ich weiß noch, irgendwas mit irgendeiner Dimension hin und her und dann wurde die Welt irgendwie fast zerstört und irgendwie war da was. Ja, aber was mich an Digimon, zumindest an der Geschichte von Digimon, so ein bisschen fasziniert hat, es war tatsächlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen da, ne, also es gab teilweise Sachen, die waren sehr dramatisch, ne, auch wenn vielleicht ein bisschen übertrieben dramatisch, aber, äh, nein, so schlimm, so schlimm zum Glück nicht, ähm, aber ich, ich, ich hab auch, ähm, die, die Neuauflage von Digimon, äh, auf, auf Blu-ray geholt, ähm, wo das Ganze nochmal, also die, die, äh, du musst dir vorstellen, ähm, die Leute aus dem, äh, aus der ersten Staffel sind da ein bisschen erwachsener geworden, ne, also Dragon Ball, äh, Dragon Ball zu Dragon Ball Z oder so, sozusagen, ne, also Goku ist plötzlich groß. Das Ganze ist auch wieder ein bisschen düsterer, ein bisschen actionreicher, ne, da muss ich vielleicht doch mal reingucken. Ja, ich, ich kann dir gerne mal, äh, die Dinger, die neue Staffeln mitbringen. Ja, mach das mal, ähm, die, äh, das ist, das ist ja generell so ein Ding, finde ich, wenn man, wenn man so Dinge auch nochmal mit ein bisschen zeitlichem Abstand guckt, kann man das unter Umständen ja auch ein bisschen, ein bisschen mehr wertschätzen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hat, das relativ am Stück zu gucken, auch ohne die Wartezeiten und so weiter, da hat das ja, finde ich, auch nochmal so eine andere Wertigkeit nochmal, ne, also das, da, da sollte man vielleicht auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und, ähm, ich sag ja auch ganz klar irgendwie, also Pokémon bin ich raus, aber so, so Digimon würde ich tatsächlich nochmal eine Chance geben, nicht weil ich jetzt sage, da will ich jetzt der große Fanboy von werden, sondern einfach um zu gucken, dann habe ich das vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt, ne, das möchte ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht, äh, unterschätzen, den Faktor. Ich, ich, ich meine, ähm, du hast das ja generell, äh, egal ob du Pokémon, Digimon, Monster Rancher oder Yo-Kai Watch oder sowas, äh. Was für ein Ding? Yo-Kai Watch. Aha, Gesundheit. Ist mir nämlich auch, ist mir auch gerade, äh, noch eingefallen, dass es das auch gab, ne, äh, es ist tatsächlich, äh, so Art Pokémon in der Armbanduhr, ne, gefühlt. Ah, also doch, Watch, ich dachte, Watch wie Wache. Ne, ne, äh, es geht tatsächlich um eine Armbanduhr, ne, dass die Viecher dann, äh, über eine Armbanduhr dann erscheinen. Ah, ist natürlich geschickt, ich hab da so eine. Du kannst dann so Chips nehmen, in eine Armbanduhr rein und dann. Ja, ja, ich hab da so eine Idee, was es da als Merchandise geben könnte. Ja, ja, und du hast auch recht. Ja, natürlich. Was meinst du, warum die die Serie so entwickeln? Genau. Die sind ja nicht dumm im Kopf. Richtig. Ne, und, ähm, was du halt, äh, generell in diesen Serien immer hast, du hast einen gewissen, äh, ich sag mal, Schmalzanteil immer dabei, ne, wo es dann so, äh, nach dem Motto, ja, alles ist cool, alles ist super, ne, wir sind die dicksten Freunde, blablabla, ne, da ist keine einzige Serie von gefeit. Es ist natürlich japanisch, das muss man halt auch sagen, das ist ja auch so ein Ding, wie werden dort Dinge produziert? Genau. Also, das sollte man da auch einfach nicht vergessen, eine westliche Version davon wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Fresse, ein bisschen mehr Rumsbums aus die Maus, könnte ich mir vorstellen, also gerade eine amerikanische Version, sag ich mal. Ja, ja, amerikanisch auf jeden Fall, da stehen alle. Ich sag mal so, das japanische Pokémon ist ja so ein bisschen das Transformers der USA, wobei das jetzt auch nicht so richtig stimmt, weil Transformers, ach egal, das führt jetzt, das führt jetzt, ne, also, ich mein, der Ursprung von Transformers ist ja, gibt's ja auch, äh, naja, egal. Genau, die gehen auch in Pokéball zurück, was? Ne, der Ursprung von Transformers ist eigentlich auch was ganz anderes, aber egal. Ja, wahrscheinlich auch wieder Merch. Ne, ne, also, das, egal, ist eigentlich eine Kopie von, was anderes, es führt zu weit, kommen wir jetzt nicht mehr zurück zu dem Thema, sonst. Ich finde es total schwierig, oder total merkwürdig viel eher gesagt, dass es so eine richtige Version für Jugendliche und Erwachsene eigentlich ja gar nicht gibt. Würde mir zumindest ad hoc jetzt... So ein richtiges Äquivalent dazu kenne ich nicht. Was so ein bisschen in eine düstere Richtung geht, ist, finde ich tatsächlich so ein bisschen ein Yu-Gi-Oh. Ja. Was ja, also da ist ja tatsächlich alles ein bisschen düsterer und dunkler und auch so ein bisschen mysteriöser, geheimnisvoller mit diesem ägyptischen Touch beim Yu-Gi und und so weiter. Also da steckt ja schon ein bisschen tiefgründigeres drin mit Untermal hier und da. Und deswegen spiele ich es bis heute noch. Aber sowas richtiges, wo ich sagen würde jetzt, ja, keine Ahnung, vielleicht in so einem Stil von einer Optik von einem Diablo, so wirklich dreckig-düster sowas und eher so in Richtung junge Erwachsene Erwachsene gerichtet, würde mir tatsächlich nichts einfallen. Ich versuche jetzt gerade auch so... Also nicht so mit Kreaturen und sammeln und gegeneinander kämpfen. Also Magic jetzt, aber das ist halt, gibt es jetzt ja so spieltechnisch, also mit Kreaturen, die auftauchen oder so, gibt es jetzt nicht so richtig. Da gab es mal eins. Echt? Ja, das, wie hieß denn das? Magic Battlegrounds oder irgendwie sowas. Da sind dann die Kreaturen auch so losgelaufen gegeneinander irgendwie so. Das war aber ein kompletter Rohrkrepierer irgendwie. Hatte ich große Hoffnung reingesetzt, aber egal. Also sowas fehlt mir zum Beispiel auch. Also ich weiß ganz genau, hätte ich damals zu Zeiten, wo ich über Pokémon Rot in diese Schiene so ein bisschen reingekommen bin und das Konzept, wie gesagt, ja cool fand, hätte es da für mich eine dauerhaft zugängliche Version gegeben, zum Beispiel für den PC oder für die Sega-Konsole, die ich damals noch hatte. Also meine Konsolenzeit fing damals an mit Sega Master System und Sega Master System 2 und Sega Mega Drive und Nintendo war dann ja irgendwie so immer das Äquivalent dazu. Ich hatte halt immer nur diese Sega-Konsolen und hätte es das für Sega oder die früheren PCs gegeben, dann wäre ich da glaube ich ganz anders reingewachsen. Aber ohne diesen Zugang mit obendrauf noch der Portion, ja irgendwie ist es mir zu kindisch, war das halt schnell erledigt für mich. Ich habe immer gesucht so nach diesen Alternativen und wie gesagt, Digimon hatte ich so die Hoffnung, war dann schnell weg. Yu-Gi-Oh! Fand ich dann irgendwie auch so komisch irgendwie, als dann erstes Mal so, oh ja, glaub an das Herz der Karten und dein Opa ist im Krankenhaus und ihm geht es nicht gut und da dachte ich schon, ach komm, hör auf ey. Das ist so, weiß ich, keine Ahnung, jetzt kommen wieder Leute und sagen so, oh ja ey, lass doch mal die Gefühle raus, Alter. Keine Ahnung, aber ich kriege schon das Kotzen irgendwie, wenn mir das so aufgezwungen wird, wenn das und dieses Glaub an das Herz der Karten und deinem Opa geht es nicht gut und so, aber das war bei Yu-Gi-Oh! Ja wirklich ganz am Anfang, so wirklich, weißt du, ich glaube sogar erste Folge oder also wirklich so ganz am Anfang so dieses, so hier hast du deine Gefühlsdosis, taff, jetzt friss sie, so. Weißt du, das und da habe ich schon gedacht so, ey, ich dachte halt erstmal so, baut doch erstmal irgendwie so Charaktere auf irgendwie und erzeugt ein bisschen Spannung und so weiter und kommt dann, wenn ich eine Verbindung zu den Charakteren aufgebaut habe, kommt dann mit dieser Gefühlsschiene. Das würde für mich funktionieren, aber nicht so dieses, hey, du musst jetzt dich total investet fühlen hier und richtig dich an den Charakteren interessieren, die du eigentlich noch gar nicht kennst. Ja. So, da war ich halt auch wieder total schnell raus, ich weiß nicht. Ich will das alles immer mögen. Ich kann es einfach nicht. Wenn da Gefühle mit drin sind, kann ich es nicht mögen. Nein, also, ich weiß es nicht, das ist so komisch irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich da einfach so ein Grumpy Cat bin oder so, keine Ahnung, ich will die mögen. Ich habe gerade ein lustiges Bild vor. Aber die kommen, die kommen halt irgendwie für mich immer mit so einer komischen Schiene um die Ecke, wo ich sage, ey, flötet euch und geht. Ja. Ne, und ich finde es so schade, weil ich kann es nur wiederholen, ich liebe dieses Grundkonzept. So, und das ist ja auch, warum ich Magic the Gathering so liebe, dieses so, du hast einen Pool an Ressourcen und nutzt sie und trittst gegen andere an und, ne, so. Ich meine, Magic the Gathering würde ich jetzt so ein bisschen ausklammern, weil das ja wirklich noch mit anderen Sachen zu tun hat und so, ne, aber so dieses Kreaturen sammeln und so weiter, da blüht mein Rollenspielerherz ja auf. Ja. Ne, und das ist auch, auch Werte steigern, Evolutionen von Kreaturen, die sich dann noch verändern und noch stärker werden, hat ja auch so ein bisschen diese Tamagotchi-Vibes so irgendwie, dass du, dass du, ähm, habe ich ja auch schon mal irgendwann erzählt, ich hatte früher so ein Tamagotchi mit einem, äh, erstmal ganz normale Küken, was jeder, glaube ich, irgendwann mal hatte. Genau. Aber irgendwann dann auch so ein Dinosaurier und je nachdem, was du dem gefüttert hast, hat der sich halt anders entwickelt. Ja, das kann ich auch. Rein Evolutionstechnisch natürlich richtig dumm. Natürlich. Aber hattest am Anfang so einen kleinen Mini-Dino, so ein kleines Ei und so weiter und wenn ein bisschen so ein kleines, ja, undefinierbares Dino-Blob-Ding irgendwie und wenn du dem Grünzeug gefressen hast, wurde das so ein, äh, Langhals, wenn du dem Fleisch gegeben hast, wurde das so ein, äh, Tyrannosaurus oder irgendwie sowas, ne. Und das fand ich halt ganz cool und das habe ich in diesen Serien halt auch immer so gesehen, so dieses, da entwickelt sich was und wird stärker und man kennt teilweise die Entwicklung noch nicht und auch dieses, du siehst eine Kreatur, die du schon cool findest und dann fragst du dich natürlich, ey, wenn die schon cool ist, wie ist denn die Weiterentwicklung davon? Ja. So, ne. Und dann siehst du die Weiterentwicklung von einem Pikachu und denkst, ja, what the fuck? So. Weißt du? Eine größere, dickere Maus. So, weißt du, dann denkst du so, hä, das hättet ihr euch sparen können. Haben sie dann ja auch, Pikachu bleibt immer Pikachu, so, weißt du? Ja, ja. So, haben sie selbst gemerkt, ja, war eine Scheißentwicklung irgendwie. So, will keiner haben, ist, ist blödes Merch irgendwie, kann ich nur große, dicke Kissen draus machen, das ist blöd. Und später kam dann noch die Vorentwicklung Pichu. Was? Du kennst Pichu nicht? Nein. Ja, dann google mal, Pichu ist die Vorentwicklung von Pikachu. Was? Pikachu ist die zweite Variante? Pikachu ist mittlerweile die zweite Variante. Pichu kam, ich glaube, in der Generation drei oder vier heraus. What the fuck? Pichu? Ja, ja. Seit der zweiten Spielgeneration. What the fuck? Sogar seit der zweiten? Ja. Ja, siehst du mal. Hä? Das stimmt nicht mit euch Pokémon-Leute. Oh ja, uns fällt nichts mehr ein, deswegen machen wir die eigentlich erste Form jetzt zur zweiten und machen Evolution 0,5 hier, Fötus-Stadium, bitteschön. Soll ich dich jetzt mal so richtig verwirren? Jetzt guck mal nach Plussel und Minun. Plussel? Ja. P-L-U-S-L-E. Plussel. Plussel-Pokémon. Äh. Dann hast du quasi ein Pichu, was nur ein bisschen anders aussieht. Und das in zwei Versionen, als Plus und Minus. Oh Gott. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Hä? Da siehst du mal, wie kreativ die damals waren. Wow. Okay, Browser wieder zu. Ciao. So Leute, wir machen heute kreatives Brainstorming. Was, aus was können wir Pikachu noch alles machen? Ja, noch ein paar Rechenzeichen dran. Das nächste ist dann Dividendo. Genau. Genau. Und Multiplikato. Ne, und dann kamen dann noch so Sachen raus wie Inkognito. Ne, was dann. Waren einfach unsichtbar. Brauchten sie gar nichts zeichnen oder was? Ne, es waren einfach nur, ich sag mal, schwebende Zeichen. Sechs verschiedene mit einem Auge drin. Das war Inkognito. Geh sterben Pokémon. Ne, aber ... Gibt's ... Also von diesen Taschenmonster-Dingern, gibt's da irgendwas, wo du ... Also wie ich jetzt auch, ich hab jetzt gerade voll abgerantet irgendwie. Gibt's da irgendwas, wo du auch gesagt hast, boah, da hab ich richtig Bock drauf. Und als es dann losging irgendwie, hast du gemeint, oh, das ist nix. Oder lässt du dich da echt so ... Ne, ne, also ich war tatsächlich nicht so super gehypt. Und ich hab mir damals, wie gesagt, diese Sachen wie Monster Rancher oder Yo-Kai Watch einfach mal angesehen. Einfach mal, weil ich wissen wollte, wie es ist. Ähm, Yo-Kai Watch und Monster Rancher waren, ich sag mal, so ein bisschen Pokémon-ähnlich. Ne, auch von der Grundstimmung her, ne, war auch mehr so, ja, ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Dann gab's mal irgendwelche Sachen, ja, gut, wir müssen da jetzt irgendwie durch, ne. Aber das war dann auch relativ schnell abgehandelt. Und das war, wie gesagt, sehr Pokémon-ähnlich. Für mich fiel halt Digimon da so ein bisschen aus meiner Sicht raus aus dieser Rolle. Wobei, ja, sehr oft war's auch Pokémon-ähnlich. Aber das ist halt, ne, wenn du so eine Serie hast, die aus Japan kommt und eigentlich für Kinder gedacht ist, ähm, geht das sehr schnell in die gleiche Richtung. Ähm, aber bei mir war Digimon persönlich, hat es mich mehr gecatcht als Pokémon. Ähm, ich habe auch, äh, zwei Games, ähm, von Digimon wirklich verschlungen. Ne, das war die sogenannte Digimon, äh, Digimon-Story Cyber Sleuth. Äh, Teil 1 und 2. Und, ähm, da habe ich wirklich echt Stunden drin versenkt. Ja, weil auch, ähm, wie gesagt, äh, die, die, die Story war ein bisschen, ähm, düsterer. Ne, da ging's nicht, äh, darum, ähm, du bist ein Junge oder ein Mädchen, ähm, die einfach so ein bisschen auf Reisen durch die Welt geht. Sondern, ähm, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, äh, spielte es in Tokio, ähm, es ging darum, äh, dass, dass es, ähm, Vorkommnisse sowohl in der normalen als auch in der Digi-Welt gibt. Und, äh, du, du musstest, äh, so klassisch RPG-mäßig auch so Sidequests und sowas, ähm, machen und dabei, äh, die Digimon sammeln und, ähm, dann auch, äh, dementsprechend, äh, digitieren lassen. Äh, äh, du konntest dann, äh, ich sag mal, weiter digitieren, aber du konntest auch zurück digitieren, um dann wieder, ähm, äh, einen anderen Pfad der Evolution freischalten zu können. Also, das Ding ist, äh, wirklich extrem, äh, vielfältig, was das angeht. Ne, bei, bei Pokémon ist es ja straightforward, ne, du hast ein Pokémon, ne, das digitiert dazu, äh, oder das, äh, entwickelt sich dazu weiter und dazu weiter. Manchmal hast du es auch, das ist, äh, zwei verschiedene Evolutionen. Aber Evoli? Ja, genau, ne, Evoli ist zum Beispiel eine Ausnahme, ne, ähm, oder du hast dann halt, äh, das Phlegmon, was sich in Lamus oder, äh, Lasher King, äh, entwickeln kann, je nachdem, äh, äh, was du, was du ihm gibst. Hatte ich eine, war nicht eine Evolution davon auch? Smegma? Äh, Smegma? Bah, ist das widerlich. Dein fragendes Gesicht war es mir wert. Arsch. Äh, bitte diese Bilder aus dem Kopf, bitte diese Bilder aus dem Kopf. Liebe Kinder, bitte, wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt niemals Smegma. Bitte nicht. Vor allen Dingen nicht in der Google-Bildersuche, tut es nicht, tut es nicht. Genau, Markus hat es schon anscheinend getan. Und mindestens jetzt haben es drei Leute getan. Selber schuld? Ne, ähm, wo, ähm, was mich, äh, oder wie gesagt, äh, was mich an den Digimon Story Games, äh, so fasziniert hat, äh, war einfach, äh, dass diese Digitation tatsächlich nicht so straightforward waren, sondern, äh, deutlich komplexer. Äh, äh, also wie gesagt, äh, du konntest, äh, hin und her digitieren, du musstest das vielleicht, äh, sogar auch machen, äh, um, äh, eine bestimmte, ich sag mal, finale Digitation erst freischalten zu können. Ne, weil jede Digitation hat auch noch, äh, äh, nebeneffekt gemacht, dass es irgendeine, ich sag mal, Erfahrungs, ich sag mal Erfahrungsbalken, äh, hochgejagt hat, um diese Final-Digitation überhaupt erst erreichen zu können. Ja. Und, ähm, das war deutlich schwieriger, äh, wirklich alles, ähm, fertig zu machen. Ja, ähm, das Ding ist, ich hab grad überlegt, wo ich das letzte Mal, oder wann ich das letzte Mal ein bisschen in diese Richtung abgedriftet bin. Ich weiß noch, als ich, ähm, also wir sind tatsächlich sehr Pokémon-zentriert, ähm, als Pokémon Schwert und Schild rauskamen, hab ich das mal in einem Stream ein bisschen verfolgt. Ähm, fand das auch ganz nett, aber hab mir dann auch schnell wieder gedacht, ja, gut, ist halt doch irgendwie wieder dasselbe, haben so ein bisschen was hier, äh, grafisch aufbereitet, war ja dann für die, äh, Nintendo, glaube ich, äh, für die, ähm, Switch. Ja. Ähm, war dann natürlich wieder so ein bisschen Highlight für die Switch-Spieler und so, aber so im Großen und Ganzen war's dann halt für mich immer doch wieder zu sehr der Einheitsbrei. Hab tatsächlich aber kurz überlegt, ob ich's mir auch kaufe, weil ich's eigentlich ganz nice fand. Bin dann aber glücklicherweise wieder davon abgekommen. Selbst gespielt habe ich was Pokémon-mäßiges in zwei Variationen tatsächlich und das ist noch gar nicht so lange her. Es gab ja, es gibt, äh, gab ja so ein, so ein, so ein, so ein, ja, sogar so eine Multiplayer-fähige Version, die nicht Pokémon heißt, sondern anders, aber eigentlich Pokémon ist. Ich habe sie irgendwo im Steam, lass mich mal gucken, das war irgendwas mit T, Tendo, Tem, Tem, Temtem, Temtem, genau. Temtem heißt das ganze Ding, ähm, und das ist so ein Ding, das kannst du theoretisch im Koop-Modus sogar spielen. Aha. Ähm, das wollte ich mir auch mal wieder installieren tatsächlich, weil das eigentlich ganz nice ist. Ist das ein Free-to-Play, oder? Ähm, Temtem kaufen, 36,99 Euro sehe ich gerade tatsächlich. Okay, ist es nicht. Ähm, aber kann ich dir nach der Aufnahme ja was zu zeigen, wenn es, es klingt so, als würdest du dir jetzt gerade nicht irgendwie was sagen. Nee, nicht wirklich. Ähm, weil das, das wird dir, glaube ich, gefallen und vielleicht ist das sogar was, ich weiß, du bist ja ein Koop-Fan, was man mal zusammen ein bisschen zocken könnte. Ja. Ähm, weil das, ich glaube, da steckt ein bisschen was drin, also das ist eigentlich ganz nice. Ähm, abzeige ich dir später, wer gucken möchte, Temtem, Tem, Tem, ähm, gibt's im Steam unter anderem, könnt ihr mal reinschauen. Ähm, also das hab ich mal ein bisschen angespielt, ähm, dann kam aber wieder irgendein Spiel dazwischen und ich hab jetzt, glaube ich, auch nur eine halbe Stunde Spielzeit oder so. Wieso immer. Ja, das ist halt, das ist halt da, also ich hab's mir eigentlich geholt, weil ein Kumpel wollte das zusammen mit mir spielen und dann hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt. so ein typisches Fall von, ich hol mir ein Spiel nur, weil ich's mit wem zusammenspielen will und dann ist der Kumpel nicht da. Ja. Ähm, super nervig. Schon bitter. Nervig, nervig, Schande über euch. Ähm, aber, das ist die eine Sache. Die andere Sache war tatsächlich, äh, was ich Pokémon-mäßig zuletzt gespielt habe in World of Warcraft. WoW? Ja. Da gibt es diese klassischen, hast du bestimmt schon mal gesehen, wie man das in vielen MMO kennt, so, ähm, Haustierbegleiter, die man einfach beschwören kann, die einfach so ein bisschen, ein bisschen mit rumlaufen. Ja. Das ist in Diablo ja zum Beispiel auch, so ein kleiner Begleiter, der, da sammelt er zum Beispiel dann Gold ein automatisch. Genau. Ähm, und in WoW machen die nichts. Na, also die sind einfach nur da, so ein optisches Gimmick halt, kann man sagen, hier, guck mal, was ich schon Schönes gesammelt hab. Und die gibt's halt so ganz klassisch in sämtlichen Variationen. So alles, so an kleineren Dingen, was so kreucht und fleucht, kann man mittlerweile da auch als Haustier sammeln. Und, also, früher gab's da eine sehr eingeschränkte Auswahl und das war einfach nur so zum Anzeigen. Dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Add-on das war, war das mit Mists of Pandaria? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich weiß es nicht. Oder Drenor? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Kam aber tatsächlich so ein Pet-Battle-System mit rein, wo du tatsächlich, wenn du zum Beispiel irgendwo durch ne Wüste gelaufen bist, keine Ahnung, da läuft so ein kleiner Skorpion rum. Normalerweise einfach alles so passive Tiere, konntest du die anklicken. Dann hast du so ein spezielles Symbol bei Kreaturen, die das gemacht haben, so eine Kote ist das. Und dann hat quasi dieser Pet-Battle gestartet. Und dann konntest du deine eigenen Haustiere, die du vorher in dem Extra-Menü dir quasi ausgewählt hast, also auch drei Stück tatsächlich, die sind dann quasi in den Kampf gegangen. Dann konntest du das quasi bekämpfen und dann noch so eine Falle draufwerfen, wie so ein Pokéball. Aber quasi, wie musst du dir vorstellen, in dem Spiel wie so eine klassische Hasenfalle. Also so ein Kasten mit einem Stock, wurde dann quasi so hingeschmissen, dann hat er so einen Stock raus und dann hat der Kasten so ein bisschen gewackelt und entweder hast du es gefangen oder nicht. Okay. So. Und dann hast du den zu deiner Sammlung hinzugefügt, konntest, glaube ich, auch maximal zwei oder drei von derselben Sorte haben irgendwie. Und dann konntest du die halt leveln, ein bisschen, ne, dann hast du auch gesehen, Stärken, Schwächen, lalalala. Dann hast du so einen kleinen Pokédex mehr oder weniger. Und das konntest du quasi dann mit allen als Haustier klassifizierten Kreaturen machen. Da gab es dann ganz verschiedene. Von Hasen über kleine Bären, Krebse, so kleine Wasserfischwesen und also im Prinzip so alles, was man sich so vorstellen kann. Elektrowölkchen und Pip-Hop. Elektro. Ja, halt wirklich, wirklich auch so ein bisschen verrücktere Sachen. Und das hat mir tatsächlich ganz viel Spaß gemacht. Das haben viele sehr belächelt am Anfang dieses System in WoW. Und das ist natürlich auch einfach nur so ein kleines Minigame quasi, mit dem man sich so ein bisschen beschäftigen kann. Aber das hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, als so diese ganzen Langeweile-Berufe, die man so machen kann. Also es gibt zum Beispiel Archäologie, wo du so ein paar Knochen aussammelst und dann auch so ein paar kleine Sachen noch freischalten kannst dir. Aber das fand ich immer sehr nervig vom Ablauf selber her. Und immer wenn ich ein bisschen Langeweile hatte, bin ich halt so ein bisschen rumgelaufen, hab einfach so ein paar Pet Battles gemacht irgendwie. Und das war eigentlich ganz nett. Und vor allen Dingen lief da im Hintergrund bei dem Pet Battle immer so eine Musik, die ich aus dem klassischen Strategiespiel von Warcraft sehr mochte. Das haben sie da quasi so als Hintergrund-Theme mit eingebaut. Und das mochte ich sehr gerne. War die Musik getriggert? Ja, auch. Auch tatsächlich. Aber da fand ich das tatsächlich auch ganz gut. Also Temtem und das Pet Battle System in WoW waren so meine letzten spielerischen Berührungen mit so einem Pokémon-System. Was eigentlich sehr schade ist. Aber gerade bei dem System in WoW habe ich gemerkt, okay, wenn dieses Konzept übertragen wird auf ein Setting, das mir gefällt und diese namensgebende Welt von Warcraft, also dieses ganze Warcraft-Universum mag ich halt wirklich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gerne. Nicht nur im Bereich von WoW. Dann ist das schon was, was mich kriegen kann. Und wenn es das mit einem entsprechenden Setting in einem Zustand gibt, der für mich zugänglich ist, dann würde ich das, glaube ich, auch relativ viel spielen, weil es mir schon Spaß macht. Ja. Aber wie gesagt, dieses Pokémon-Ding, das kriegt mich da irgendwie nicht mehr. Pokémon Go habe ich übrigens eine Zeit lang auch recht aktiv gespielt. Ja, ich auch. Also was heißt eine Zeit lang, also ein bisschen. Immer mal so bei einem Spaziergang irgendwie so. Ich bin jetzt nicht extra irgendwie zu einer Arena hingefahren und habe da irgendwas gemacht oder irgendwie sowas. Aber schon mal hier und da auch mit einer Kollegin zusammen irgendwie nach der Arbeit mal irgendwie noch eine kleine Runde gedreht oder irgendwie so. Und das ist schon ganz nett. Aber hat mich halt auch irgendwie nicht so richtig gekriegt. Hauptsächlich, weil es mein Akku gefickt hat. Oh ja, das stimmt. Also, ja, keine Ahnung. Aber Pokémon Go, die Anfangszeit, war schon sehr witzig, weil hier bei uns in Wesslingen gibt es in meiner Nähe so ein paar Spots, wo dann tatsächlich auch ein paar Leute immer waren. Und da hast du Leute so da lang spazieren gehen, die immer so in der Nähe von einem, wo du wusstest, da ist so ein Pokestop, hast du immer gesehen, Leute spazieren so lang. In der Nähe von diesem Spot werden die so ein bisschen langsamer, haben plötzlich ihr Handy in der Hand, spazieren so 10, 15 Sekunden ein bisschen langsamer, stecken das Handy wieder weg und gehen in normaler Geschwindigkeit weiter, wo es ist, ah, alles klar, Pokémon Go. Und immer an derselben Stelle, weißt du, immer an denselben Slots. Wir haben hier so, die Straße lang ist eine relativ markante Garage, die ist halt bemalt. Und das Symbol, also das Bild, was auf dieser Garage draufgemalt ist, ist quasi auch das Symbol für den Pokestop. Deswegen wusstest du halt immer. Und würde mich ja total abfacken, wenn meine Garage in Pokémon Go auftaucht oder so, keine Ahnung. Kann man ja auch Beschwerde einreichen. Aber ja, und das waren so meine letzten Berührungspunkte und ich finde es halt echt schade. Ich würde mir wirklich wünschen, dass da irgendwie was kommt. Jetzt, ich installiere nebenbei mal Temtem gerade. Nee, ich muss ja auch sagen, ich hatte auch in einer meiner Lieblings-Franchises diese Berührungspunkte und zwar in Final Fantasy 13.2. Oh, das ist ein Teil, den ich gar nicht richtig, also den habe ich tatsächlich, aber habe ich nicht wirklich gespielt. Was gibt es denn da Pokémon-mäßig? Kann ich dir sagen, prinzipiell hast du zwei Hauptcharaktere, mit denen du da spielst und du kannst dir für deine Party dann Gegner fangen, die dann deine Party auf drei ergänzen. Ja, und dann hast du halt immer diese zwei Hauptcharaktere plus ein wechselndes Monster, was du dann vorher gefangen hast, was dann mit dir kämpft. Das ist dann auch so, also ich würde das auch so als Pokémon-ähnlich dann sehen, weil du fängst ein Monster, du levelst es, du kämpfst mit dem Monster zusammen. Das fand ich schon eigentlich ganz witzig. Ja, ist auch einer der Teile, die ich wirklich recht exzessiv gezockt habe und dann gibt es noch ein Final Fantasy Teil, wobei der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich weiß nicht, hast du mal von World of Final Fantasy gehört? Nee, gar nicht tatsächlich. Da wurde das mit diesem Monstersammeln so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein bisschen auf die Spitze getrieben, wobei das Kämpfen recht eigenartig war, weil das war kein klassischer Partykampf in dem Sinne, sondern du hast diese Monster, je nachdem, was für eine verschiedene Größe die haben, mit den beiden Hauptcharakteren zu einem Stapel verbunden. Bedeutet, du hattest, was weiß ich, ein großes Monster, dann ist da ein Charakter da drauf gestellt worden und auf dem Kopf des Charakters war da nochmal ein Monster, zum Beispiel. Und es ging dann halt auch darum, dass diese Stapel von ihren kombinierten Stats deutlich stärker waren, als wenn du die einzeln hast kämpfen lassen. Du hast auch immer zusehen müssen, dass im Kampf, wenn der Gegner auf dich zugekommen ist, beziehungsweise dich geschlagen hat, dass dieser Stapel nicht auseinanderbricht. Es gab dann halt, so nach dem Motto hast du dann gesehen, wenn ein bestimmter Schaden ausgeteilt wurde, dass dieser Stapel auf einmal anfängt, so lustig zu wackeln. Das klingt irgendwie total verwirrend. Ja, das war wirklich komplett aus der Reihe. Also muss man vielleicht einfach selbst gesehen haben. Ja, das ist null. Das muss man einfach gesehen haben. Ich konnte vorher auch nichts damit anfangen. Ich muss auch sagen, ich habe diesen Teil auch nicht so exzessiv gezockt. Ich habe ihn durchgespielt, weil es halt ein Final Fantasy war. Aber gut, das war so nach dem Spiel so, what the fuck, was habe ich da eigentlich gespielt? Mit Monster-Stapeln und die Hauptcharaktere konntest du auch noch quasi, hast du es in zwei verschiedenen Versionen, quasi in einer erwachsenen Version und in einer sogenannten Chibi-Version. Was dann halt, ja, das hat das Ganze nochmal so absolut strange gemacht. Wie gesagt, dieser Teil, World of Final Fantasy, war wirklich anders als alle anderen Teile zuvor. Das war, das musste man einfach mal gesehen haben, sonst hätte man das nicht geglaubt. Und ich würde sagen, das ist auch nicht für jeden was, weil das dann teilweise... Nee, also das klingt schon vom Zuhören, als wäre das nichts für mich. Ja, es ist teilweise echt albern, teilweise auch, ja, es ist schwierig. Es ist was ganz Besonderes und ich denke, das ist so ein Spiel, das polarisiert. Entweder man mag es brutal gerne oder man mag es absolut gar nicht. Ja, ähm, ich, ich für meinen Teil fand's okay, ne, ähm, aber das, es war schwierig, es war schwierig. Ich brauchte echt lange, um da reinzukommen. Ne, vor allem musstest du dann mit diesen, äh, Stapeln, mit denen du bekämpft hast, musstest du auch, äh, wirklich sehr viel rum experimentieren. Ja, also es klingt jetzt auch, also, so wie du's beschrieben hast und so wie ich's verstanden habe, klingt's tatsächlich auch mehr nach etwas, so wie du's grad gesagt hast, also für Leute, die viel experimentieren wollen. Ja. Absolut. Also ich find's gut, dass es diese Spiele gibt. Ich glaube, das sind dann halt oft Spiele, die für die breite Masse nicht so richtig ankommen, was nicht schlimm ist, ne, also auf gar keinen Fall. Ähm, also Dark Souls war ja auch lange Zeit für die breite Masse nichts. Absolut. Und ist jetzt ja mehr als im Mainstream angekommen, sag ich mal, spätestens jetzt seit Elden Ring, ähm, aber das, das ist schon so, dass, das ist schon, wie du sagst, halt nach etwas klingt, was man schon mögen muss. Ja. Ne, also, was halt schade ist, weil das natürlich an sich erstmal ein Franchise ist, Final Fantasy, was schon, sag ich mal, bekannt und weit verbreitet ist. Aber auf der anderen Seite, denk ich mir, ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es dann vielleicht auch mal einen Ableger gibt, der in eine bisschen andere Richtung geht, um das ganze Franchise mehr Leuten zugänglich zu machen. Ja, auch mal so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Genau, halt auch mal ein bisschen, ein bisschen was produziert, auch genau mit diesem Pad-Battle-System in WoW, das braucht im Prinzip kein Mensch. Ähm, aber es ist nett, zum einen, weil es eine Zusatzbeschäftigung ist und für Leute, die viel Zeit in dem Spiel verbringen, einfach ein weiterer Aspekt ist, den sie nutzen können, wenn sie ihn wollen. Genau. Oder ein weiterer Aspekt für die Leute, die möglichst alles abschließen wollen, dem sie nachgehen können, ne, oder dann nachgehen müssen, um alles vollständig zu haben, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Und das ist schon ganz cool, aber um mal zurückzukommen auf diese ganze Taschenmonster-Geschichte. Es gibt für mich immer so einen Aspekt, der diese Serien und Spiele und so weiter für mich auch ein bisschen schwierig macht. Auf der einen Seite, also mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen der Multiplayer-Aspekt oft, weil, also man kann das natürlich als Singleplayer-Spiel designen, das scheint ja auch für viele sehr gut zu funktionieren. Aber für mich persönlich, vom Geschmack her auch, ist das tatsächlich was, was einfach prädestiniert dafür ist, entweder irgendwo einen kompetitiven Aspekt zu haben, in dem man wirklich gegeneinander antritt, gegen andere menschliche Trainer. Und das gibt es in diesem Umfang, um mal bei Pokémon zu bleiben, wo man es am ehesten drauf übertragen kann, glaube ich, das gibt es da viel zu wenig. Das gibt es ja hier und da im Ansatz, mit Pokémon Go gibt es das, mit Arenen gegeneinander einnehmen und so weiter. Und es gibt ja, glaube ich, auch, was war das auf dem N64, glaube ich, Pokémon Stadium oder so. Also, ich glaube, das war tatsächlich auch mehr gegeneinander, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber ich finde, so eine Welt ist tatsächlich ja so ein bisschen, die wird ja dann lebendig, wenn du dann auch mal random irgendwo auf andere Leute triffst. Ja, also, was ich dir sagen kann, ist, dass in den neueren Pokémon-Teilen eine Online-Arena auch mit impliziert ist. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gibt auch ein Pokémon-Moba-Game. Was? Ja, ich weiß noch nicht mehr gerade den Namen, war auch eine Zeit lang richtig gehypt. Das war so ein bisschen wie Dota. Pokémon Unite. Genau, Pokémon Unite. Das war, wie gesagt, wie ein klassisches Moba-Game. Das habe ich auch mal ... Auch gerade zum ersten Mal übrigens gehört. Das habe ich auch eine Zeit lang mit einem Streamer zusammen mal ausprobiert. Aber der Hype war auch relativ schnell wieder vorbei. Wir haben das mal, ich glaube, einen Monat immer mal wieder gezockt und das war es dann auch wieder. Also, ich finde tatsächlich, ich reg mich ja auch oft drüber auf, dass manche Spiele eigentlich lange fesseln und so weiter. Bei vielen Spielen muss man es aber, denke ich, auch so ein bisschen in Relation zu den Kosten sehen. Es gibt ja oft sehr günstige Spiele, das sind in einigen der letzten Jahre ja ganz oft mal so kleine Indie-Titel, die einfach nur so ein paar Euro kosten. Was mich im Moment immer wieder fesselt, ist zum Beispiel das Vampire Survivors, wenn du davon vielleicht mal gehört hast. Das ist so simpel, du musst eigentlich nichts machen außer rumlaufen und Sachen auswählen bei einem Level-Up irgendwie. Weil das Schießen und Ballern und so, das geht alles automatisch. Du läufst quasi nur mit WASD, bestimmst, wohin dein Charakter läuft. Das Schießen funktioniert in vorgegebenen Rhythmen automatisch und kannst halt beeinflussen, schneller machen. Aber der Schieß zielt und so weiter, macht er alles automatisch. Und immer wenn du ein Level-Up hast, wählst du halt eine neue Fähigkeit, ein neues Upgrade und so weiter aus. Mehr machst du halt eigentlich nicht. Und die Runden dauern halt Pi mal Daumen eine halbe Stunde, dann kommt der Reaper und ballert dich um. Mit einem, also das ist halt so vorgesehen, mit einem Revive kannst du dann quasi nochmal kurz vor dem Upboard noch ein bisschen Zeit rausschicken, vielleicht nochmal irgendwas kurz leveln oder so. Aber im Prinzip gehen die Runden so knapp eine halbe Stunde. Und du versuchst halt so viel freizuschalten und so weiter. Und das ist cool. Und da hast du mit solchen kleinen Spielen oft zeitlich gesehen viel mehr Spaß. Teilweise auch mit viel simpleren Spielkonzepten als mit so einem AAA-Titel, der dich 80 Euro kostet oder so. Und das finde ich halt sehr krass und ich finde, das ist eine ganz, ganz komische Entwicklung. Also was sagt das über unsere AAA-Spiele? Dann stelle ich mir die Frage, wenn ich an so, wir haben eben gerade schon gesagt, ich würde gern das Konzept, also ich liebe das Konzept, ich würde aber gern was entsprechendes für mich haben, was vielleicht vom Setting her geiler ist. Und dann denke ich mir so, würde ich das vielleicht lieber eher in einem AAA-Setting haben, von einem großen Studio, wo ich dann vielleicht merke, das ist zwar ganz geil oder steckt auch eine entsprechende Lizenz hinter. Oder hätte ich das lieber von einem Indie-Studio, wo vielleicht keine mir bekannte Lizenz hintersteckt und die so ein bisschen ihr eigenes Äquivalent schaffen. Also Dodomon als Beispiel, ja, was jetzt nicht von Nintendo da kommt. Nee, kommt das von Nintendo? Nee, Quatsch. Ich weiß es nicht. Naja, egal, aber für Nintendo auf jeden Fall. Und das finde ich so komisch irgendwie. Weil eigentlich sollte man noch sagen, von einem AAA-Studio macht das ja eigentlich viel mehr Sinn, weil die haben viel mehr Ressourcen, haben theoretisch geile Lizenzen, die dahinter stecken. Aber wenn ich mir dann viele AAA-Spiele so angucke, denke ich mir so, warum habe ich jetzt mit meinem 3,99 Euro Indie-Game viel mehr Spaß und viel länger Spaß? Ja. Also warum? Und mich kotzen mittlerweile auch total diese Games mit Retrografik total an. Auch hier so Loop Hero und so weiter. Echt? Wobei Loop Hero fand ich geil. Ja, aber das ist es ja. Das Spiel finde ich ja geil, aber wieso schaffen große Studios nicht, sowas auch mal technisch auf dem neuesten Stand einfach zu machen? Ja. Weil es ist doch das Spielkonzept, was begeistert. Richtig. Die Grafik ist stimmig, die passt, aber warum kann man das nicht mal in ein technisch geiles Setting packen so? Ja. Weißt du? Und das ist so, wo ich mir denke, Leute, ihr seht doch, was kleine Indie-Games machen, packt das doch einfach mal in ein geiles Grafikgerüst und dann habt ihr Win-Win. Nein. Aber es lohnt sich halt oft auch nicht, weil die Leute sehen natürlich auch, ja gut, mit so 8-Bit-Pixel-Grafik kannst du genauso viel Asche machen. Richtig. So. Aber das finde ich so schade, weißt du, dann packst du dir eine geile Grafikkarte rein, hast so einen krassen Rechner stehen, aber kannst es theoretisch auch auf dem Handy spielen. Ja, und dann spielst du 8-Bit-Spiele, ne? Wobei man auch sagen muss, mein Handy hat einen besseren Bildschirm, als ich hier stehen habe. Es hat ein 120-Hertz-Display. Wow. So, was mittlerweile bei den neuen Handys echt der Standard ist eigentlich. Und hat einfach mal auch 12 Gigabyte RAM mittlerweile. So, wo ich mir denke, ey, Handys, wo geht ihr hin? Ja. Das Handy hat rein von den Pixeln die gleiche Auflösung wie mein Bildschirm, der hier vor mir steht. Ein 32-Zoll-Bildschirm, fucking. Also natürlich auch nicht auf so einem großen Bildschirm, aber die Pixel-Auflösung ist halt die gleiche. Ja. So. Ich glaube sogar einen Ticken besser. Ich bin mir grad nicht sicher. Aber, und das ist halt so, wo ich mir denke, du kannst selbst für ein Mobile-Game ein geiles Spiel machen und so Sachen wie, jetzt kommen wir natürlich ein bisschen weg von Taschenmonstern wieder, aber ist egal, selbst so ein, ach, wie heißt denn das nochmal hier, dieses... Ah, was du auch gespielt hast. Hier dieses asiatische Free-to-Play-Dingens. Genshin Impact. Genau, Genshin Impact. Kannst ja zum Beispiel auch auf dem Handy spielen als Mobile und so weiter. Das sieht auch noch verdammt geil aus da drauf. Ne, und das funktioniert halt wohl auch ganz gut. Und so, sowas wie Modern Warfare, diese ganzen hier, so Fortnite und die ganzen... Da kannst du alles auf Mobile spielen mittlerweile. Und dann denke ich mir so, Leute, was ist das hier im Moment für eine Spieleentwicklung? Was soll das? Ich will so geiles Spiele, ich will so ein geiles Konzept wie ein Pokémon oder ein Digimon oder so. Will ich einfach mal zeitgemäß und das soll ballern und das soll rocken und das soll einfach krachen und bam, Alter. Ja. Weißt du, und dann will ich auch mal so ein Spiel, was mich einfach so richtig abholt, wo ich dann hier auch mit 5.1 Sound oder mehr noch sitzen kann und dann auch einfach in so einem Spiel mal soundtechnisch weggeblasen werde. Und nicht immer so ein blibblib, blibblib, biu, 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 Sound habe, weißt du? Ja gut, das habe ich gerade mit GT7. Und das lohnt sich halt oft einfach für die Entwickler, glaube ich, auch gar nicht. Und das ist so schade, weil ich glaube, viel mehr Leute würden solche Spiele feiern und würden den Einstieg in solche Franchises finden, wenn so Sachen auch einfach mal ein bisschen zeitgemäßer umgesetzt werden. Also das ist bei Pokémon Arceus oder wie das Ding heißt, war das jetzt auch wieder eine heiße Diskussion im Netz. So von wegen, ja, das Open World ist eigentlich ein ganz interessantes Konzept und so. Aber warum macht Nintendo da mit diesen Spielen immer nur so das technisch Mindeste? So ein minimales Upgrade, es ist einfach nicht zeitgemäß. Es ist grafisch nicht zeitgemäß. Zum Sound kann ich jetzt gerade nichts sagen, aber was man so in den Trailern gesehen hat, es ist einfach nicht zeitgemäß. So. Und das einfach mal auf ein aktuelles Level zu heben, warum schaffen so viele das nicht? Und es ist so schade. Und auch gerade hier die letzten Elder Scrolls-Spiele so. Immer dieselbe Rods-Engine so, ne? Also das ist mittlerweile so ein outgedatetes Ding hier. Dieses Creation-Kit als dieses Skyrim-Engine und hier Oblivion. Und das ist alles so ein ... Und hier auch, also generell diese Bethesda-Rollenspiele, Fallout 3 und 4 ja auch. Da steckt viel drin mit den Mods, kannst du da so viel rausholen, aber dieses Grundgerüst ist schon so veraltet, dass du damit einfach die Rechner ans Limit treibst. Wenn das Grundgerüst einfach mal modernisiert werden wird, und zwar richtig von Grund auf, dann wärst du auf einem komplett anderen Level. Verfickt nochmal. Und das nervt mich so. Und wenn ich mir das vorstelle für so geile Spiele oder geile Spielkonzepte wie ein Pokémon, ein Yu-Gi-Oh, ein Digimon, könntest du so geile Spielwelten schaffen, egal ob Singleplayer, Multiplayer oder Online-Kompetitiv, PvP oder was auch immer. Da würde es dann ja wahrscheinlich auch zig Ableger geben von. Es wär so schade, weil viele, viele Leute an diese Marke einfach rangeführt werden könnten. Und dann würde auch viel mehr in diesem Bereich passieren. Und ich bin mir sicher, dann würde ich auch irgendwann mal meinen Wunsch erfüllt kriegen, ein für mich ansprechendes Setting serviert zu bekommen. Und das find ich so schade, weil ich will nicht immer mit diesem kleinen Gammel-Kinder-Pokémon konfrontiert werden. Und ich will es nicht mehr. Es gibt 350.000 Teile davon. Und das Letzte, was ich wirklich aktiv gespielt habe, war Pokémon Rot. Aber ich liebe eigentlich dieses Konzept. Was ist da los? Und ich weiß ja auch, dass viele das lieben und viele das abfeiern. Du sagst ja auch, ich hab mir irgendwie den Arsch tapeziert mit jeder Edition gefühlt. Bis auf die letzten zwei vielleicht oder so. Und ich verstehe das. Aber ich bin nicht bereit, das zu tun. Weil das Setting für mich einfach nicht stimmt. Mann! Jetzt aber Schluss hier! Willkommen bei Marcos Rantet über Spiele. Ja! Verfick nochmal! Mann! Das nervt mich einfach. Sollen wir dann die Folge damit dann auch abschließen? Bevor du dich noch mehr in Rage redest. Nee, haben wir nicht noch irgendwas für Taschenmonster? Mann, was soll das? Gib mir jetzt ein richtig geiles Spiel. Also mir würde jetzt kein anderes Spiel mehr einfallen. Spielfeine Fantasy. Nein. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. The Mindcast is here to save your day, games, movies and more, for geeks and nerds, your favorite podcast ever. The Mindstalker is on his way, the Mindcast is here to save the day, the Mindstalker is on his way, talking about things the Mindcast way. The Mindstalker